Die Vital-Gesundheitspraxis von Eunike Heinzinger in Peiting ist ein Geheimtipp für alle, die das Thema Gesundheit ganzheitlich betrachten. Von Kopf bis Fuß voll Energie. Wer möchte das nicht? Überzeugen Sie sich selbst von der Wirksamkeit der erprobten Methoden. Die zentrale Säule der Vital-Gesundheitspraxis ist die Früherkennung organischer und zellulärer Disbalancen mit dem Oberon-System. Mit dem Ziel, körperliche und geistige Gesundheit präventiv zu fördern und zu erhalten, setzt Eunike Heinzinger auf individuelle Therapieansätze. Ganzheitliche Körpermassagen sowie Dorn-Breuß-Anwendungen werden durch galvanische Cleaning-Detox-Treatments und Ernährungsberatungen ergänzt. Auch die biomedizinische Fußpflege erfreut sich bei den Klienten, die unter anderem sogar aus dem Allgäu, aus Murnau und Augsburg hierher pilgern größter Beliebtheit. Vital-Gesundheitspraxis Eunike Heinzinger. Meine Gesundheit liegt in meiner Hand.